mit diesen worten herzlich willkommen zu ich hatte schon fast den namen vergessen du warst heute nicht in der schule und meint es ist so leise bei mir kannst du nicht bringen ja jetzt schon ja ein bisschen kundelette es gibt ich habe schon wieder vergessen dass ich nicht machen hier so um ich weiß was wir machen könnten oh ja das können wir wirklich machen das ist glaube ich schon was ja warte warte ich habe jetzt eine coole Idee ich gehe zuerst in der Koppelmann von den Brüdern immer nein du kommst jetzt zurück jetzt war ich schütteln aus sind und ich schieße mit was macht es geht ich glaube mir fahren gibt es gar nicht mehr ja bis was sagen Leckmann du hast also was gesagt Prozent nein sie voll schön aus wunderschön aber jetzt kann man hier rauf und ernten gehen was machst du hier das du bist so behindert ich steh schnell ist die bräuchte ich nicht das wechselt das sieht nicht geil aus ich weiß also warte hier ein verpiss ich damit doch was ist jetzt eigentlich alles für pokémon ich weiß es schon nicht mehr ein charmeleon ja 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 und Ponger und Alta ich habe einen und von mir und wenn sie an 20 wohl fixieren sie sind leider um den 2 und 40 die schickliebungen verlaufen jetzt wollte zufrieden das ist schon bis sie nichts als recht dem bisschen kommentiert aber nur gleich hier was soll ich nicht so gut unternehmen ein ein paar ein paar andere damit anwendet schon mal mehr wir einfach haben das gleiche wo bist du überhaupt der weiß ist es ich will eigentlich mal auch ein bisschen alles ich will mal ein bisschen weiter weg wenn es geht das sind wir hier hier die und wie kann man zu tun hallo hallo nein das schon wir gehen die kämpfen da 5 Prozent Kürtel Mera und ja meine Wohlpix backen bis in den Boden rum das sehen wir das super damage Ultra Ball Quick Attack nicht geil ich habe einen Lairon welches Level 59 Alter willst du mich verraschen nein ach scheiße warte du hast doch auch einen Lairon oder ja einfach Level 42 wow nicht schlecht ich bin das sind die Verpasst ja verarscht verarscht war mein Gott den ich kenne ich mir gehen du verarscht nicht wo ist es würde ich ja nicht drücken drüben ja schaden das ist soll und so gut ein schon Millionen ist 24 das sowas sind nicht nicht ich bin 9 ich will es in Höhe des Pokken das tut n n wo soll sich der mit der erst der ist das ist das nur für eine 1 die geht zu aber egal ich habe Kloon, pff, okay. Ähm. Scratch. Ich hab das noch nicht. Komm schon. Danke. Fight. Hammer. Ja, scheiße. Verdammt, davon gebracht. Oh. Fight. Tackle. Hoffentlich bringe ich's nicht dumm. Oh, ja, sehr gut. Okay. Back. Pokeballs. Loveball. Charmedia. Komm schon. Ich will mal dieses Pokémon noch. Dann hab ich jetzt den Wasser. Komm, 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 du kannst das. Bring es, oh, nein. Verdammt, verdammt. Scheiße, Mann. Leron. Leron. Double Edge. Oh, yeah. Wir wissen, weil man Pokeball wiederherstellen und so, ne? Ja. Ja. Ich hab Wasser. Ich hab Wasser. Ich hab Wasser Pokémon. Was geil. Seeking. Oh, diesen Sprach. Level 36. Ja, ich mag den. Okay, egal, ich hab's einfach. Oh, Hitman Chan, das möchte ich. Keine Ahnung, was ist das. Hm, will ich das hier? Ja, das will ich. Getroffen. Yeah. Headboard. Oh, das ist nicht one hit, ne? Firepane. Leiron was falling asleep. Haunter. Leiron is still sleeping. Leiron is still sleeping. Okay, ist gut. Alter. Nein, Jay. Jetzt mag das so geil rum, ne? Leiron woke up. Okay. Dann machen wir halt das. Oh, ich hab das klingt. Scheiße, Mann. Ach, Mann. Mein Pokémon schon wieder eingefroren. Weißt, was für ein Attacker mein Haunter kann? Was? Lecken. Nein, nein. Oh, Alter. Ich versuche, dieses Hitman Chan mit deinem Love Ball zu fangen. Hunter. Komm, mach schneller. Ich will das Pokémon. Ich will dieses Pokémon. Hypnosis. Oh, Gott. Abra. Abra. Oh, ha, ha, ha. Back. Slothball. Ja, geil. Mit was für ein Pokémon gerade? Hm? Was? Mit was für einem Pokémon kämpft du gerade? Leiron. Nein, nicht Dein, ich mein dein Gegner halt. Äh, Lunaton. und Prozent zwar und 30 ich habe versucht ein Bitmochel zu fangen aber ich habe von dem welchen Länden das Ziel und 20 weißt du was was Prozent Prozent und der erste Aufgabe ist halt ein Buch gewählt zu machen und ihre nächste Aufgabe sollte sein den Computer zu machen die Kugel nach ihm alt aber wir müssen meinen Genalz und jetzt ist es wichtig dass sich das Problem umbringen ach man ist für mich eingeschlafen ach man auch mein Pokémon hat so wenig Leben ist es für die Untersuchung so 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 den Kühnchen den Kühnchen nein scheiße ich hab so gebracht jetzt bin ich ihn so scheiß rechslauch hatte du längst ja aber ich möchte ich merke hier kämpfen zwei milch gegeneinander da scheiße es ist einfach ein Level 59 Fick mich in der Arschwende Prozent hoch ich habe nur noch ein Ultra Ball und ein Pokéball ich habe gar keine Pokéwelle aber bin ich noch besser dran als du naja ich habe jetzt halt meine drei Pokéwelle an diesem Hitmon-Champ verbraucht komm mach schneller ich habe einfach so ein Laufball ich weiß aber nicht welches das schon wieder ist Amber hat nur mit Scratch oh Gott ist das hier was ich denke dass es ist in Böe und ein Level hast du hier bitte um einen kommen ok bin ich Nero und mich nicht so schlecht mit dem Sieg in der 6 und 3 das in Ländl 737 ich habe schon gesehen nein 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 ja mein Charminian ist level 31 31 du mad bro? ja uuuhh ein camera up level 43 perfekt pokemon switch neron du bist dran so mein letzter Ultraball geht jetzt drauf was versucht zu fangen? nein ich naah scheiße ausgebrochene was hast du versucht zu sagen? oh noch einen Pokeball habe ich jetzt hallo Pokeball warte sag ich dir gerade wenn ich es schaffe scheiße dann bringe ich es halt ummeh aber ich will es nicht umbringen ähm Prime 8 level 42 oh Gott ich hab die hm hm ich hab die sie nicht oh ich glaube ich hab ein Minenschacht ich bringe ihn jetzt so scheißegal so alter was ich glaube ich habe eines dieser Dungeons Dinger gefunden ja schon wieder Minenschacht ja nicht Minenschacht halt diese dieser eine Raum mit den Spawnern aha ja dann schon ja dann schon ja dann schon wer hast du mit dem? also gefunden ja hm hm so ich hab die 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 ich hab keine Ahnung oh mein Gott skeleton ja ja für was kann man eigentlich Level brauchen die oh gefunden da ist der Raum hm man schon wird es ziehen das ist was zu das zu ja als was ok dann ja ja